Gute Nachrichten für EM-Rentner. Bundesrat bestätigt neue Hinzuverdienstgrenzen ab 2023. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, Sie wissen es wahrscheinlich schon, dass die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf erlassen hat und zwar zum 8. SGB IV Änderungsgesetz oder so heißt dieser Gesetzesentwurf. Und da soll zum 1. Januar 2023 die Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten komplett wegfallen und es gibt bei voller und teilweise Erwerbsminderungsrente völlig neue, höhere Hinzuverdienstgrenzen. Das SGB IV Änderungsgesetz ist kein zustimmungsbedürftiges Gesetz, was den Bereich der gesetzlichen Rente betrifft. Das heißt also, der Bundesrat muss hier nicht zwingend zustimmen. Dennoch hat der Bundestag vor einer finalen Entscheidung in seinem Hause eine Stellungnahme des Bundesrates zu diesem Thema eingeholt und am 7. Oktober 2022 hat der Bundesrat dann tatsächlich auf den Vorschlag des federführenden Sozialausschusses die Erhöhung der Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderungsrenten begrüßt. So nennt man das also sozusagen heute. Wir begrüßen selbstverständlich die Änderungen auch. Ab dem 1. Januar 2023 gelten bei voller EM-Rente ein Bruttojahresverdienst ab Beginn der Rente von 17.823,75 Euro als anrechnungsfrei. Und bei einer teilweise Erwerbsminderungsrente gibt es eine Mindest-Hinzuverdienstgrenze von 35.647,50 Euro. Auch wiederum als anrechnungsfrei neben einer EM-Rente. Im Einzelfall kann bei einer Erwerbsminderungsrente, bei einer teilweise Erwerbsminderungsrente, ein individueller Hinzuverdienstfreibetrag sogar noch höher ausfallen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.